So Leute, jetzt sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich Pügelschaden mit Schrotflinten zu. Ihr seht, 733 habe ich schon. Wie macht ihr das am schnellsten? Eigentlich ist es logisch in Gruppenkeile, weil da könnt ihr am schnellsten respawnen. Ich schätze mal, was heißt ich schätze? Ich vermute, dass ich jetzt auch mal die 1000 voll kriege. Ich habe jetzt extra gewartet, dass hier alles ein bisschen enger wird, dass ich nicht so viele Gegner in Anführungszeichen suchen muss. Aber vorweg, wenn ihr mich schon öfters mal gesehen habt, in Anführungszeichen gesehen, beziehungsweise ich euch geholfen habe, dann lasst gerne ein Like da und natürlich auch gerne ein Abo. Wo ist der denn jetzt hier hin? Halt! Ach, da unten, direkt da unten. Meine Güte! Das ist halt echt das Schlimme. Gruppenkeile war früher so lustig eigentlich. Aber inzwischen, selbst hier wird rumgeschwitzt und hast du nicht gesehen. Äh, seh nicht. Oh Mann, ey. Fackt der auch weg. So, wie viel Schaden brauchen wir noch? Ja, ich sag ja, hier hast du nie Ruhe. Gruppenkeile ist echt so, ey. Aber wir wollen ja mit der Praxis Schaden machen. Oh, da konnte ich nicht bauen. Eieiei, ein bisschen Action hier. Ja, natürlich. 170 fehlen noch, aber wie gesagt, ihr seht schon, hier sind so viele Gegner. Wenn ich euch mit dem kleinen Tipp schon weiterhelfen konnte, ganz entspannt. Gerne, wie gesagt, ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Natürlich gewählt er gut. Könnt ihr auch noch eintragen. So, ich probiere jetzt hier dennoch. Bin ich ein vernünftiger Headshot? Springt da runter. Kein Headshot. Ah, kann ich euch noch mit holen? Wer macht die Auge? Könnt ihr unten ein Augen? Meine Güte. Ja, du kommst jetzt von hinten. So, ich werde hier die 1000 Schaden noch voll machen. Ich denke mal, ihr kriegt das auch hin. Wie gesagt, probiert es nicht im Solo-Modus. Es geht einfach Gruppenkeile. Da geht es eigentlich am schnellsten immer, was Waffen betrifft. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.